So, da ist ja der Kunde. Der Kunde hat versehentlich ein Handtuch versenkt. Also machen wir jetzt Klo abbauen, Maschine rein. Hier ist eine Fußbodenumwässerung, hier kommt es hoch. Zum Glück haben wir hier kein Wasser. Erstmal die Toilette ab und dann geht es los. So, WC-Becken ist schon leer, weil sich jetzt die ganze Zeit leer gesaugt hat. So, mal ganz vorsichtig zur Seite. Mal gucken, wo lang muss ich denn? Und dann nach unten. Da lang. Gut. Ich war jetzt 14 Meter drin, habe die Ursache, den Handtuch sozusagen nicht erwischen können. Jetzt möchte ich gerne wissen, wie weit ich da rein muss. Nicht, dass ich dann zum Hausanschluss darüber darf. Wir sind nochmal 50 Meter entfernt. Mal gucken. Da kommen wir zu der Hauptleiter. Jetzt sehen wir natürlich ein bisschen Wasser. Also da ist das Handtuch noch. halb. Halb. 11... 13, 14 Meter. weiter fast dran na gut also noch mal rein mit der spirale ah, jetzt habe ich ihn würde ich jetzt behaupten, dass ich ihn habe gut so schloss habe ich sie pahnen 2-1 Jetzt können wir mal die Stühle abmachen Oh nee Handschuhe anziehen Ich habe nur einen Zipfel und mein Zerbogen So, ich will den Licht machen für euch Da ist er Kann man auswaschen Nur wieder verwenden Korn Kein Korn So Erledigt Sehr schön Dann baue ich jetzt zusammen Und das war es gewesen Oh Gott So 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 So